die nicht klappt er möchte ich nicht rüber ich möchte nämlich nicht kann der erste weggehen der weggegangen ja der ist weg dann möchte ich doch wenn er weg ist dann ist ja alles gut das ist ja jetzt nicht so das problem gegen den machen wir einfach das hier einmal Aua okay dann machen wir halt erst den kleinen fernig der die in die Stimme huch ne da muss ich ausweichen Moment kann ich bei dem rein theoretisch vielleicht auch die Dinger hier mal benutzen ne kann ich nicht okay schade vielleicht kann ich es auch doch und ich weiß nur nicht wie das war auf jeden Fall der Typsy ne dann kommen wir das war zu erwarten Alter geh doch weg da stell dich doch nicht direkt vor die vor das macht mich immer das hat das finde ich immer ganz gut gemacht wenn er sich so denkt so ja ich stell mich einfach mal direkt daneben so ja was ist denn das geht doch weg von denen du musst dich da nicht das sind ja nicht deine Freunde da musst du dich nicht unbedingt neben stellen vielleicht ich will mal erst die kleinen kaputt machen die ihn unterstützen ich will mal erst die kleinen kaputt machen die ihn unterstützen ja okay jetzt hier wieder ausweichen ich weiß du weißt manchmal nicht wie das geht das ausweichen aber ausweichen ist halt sinnvoll jetzt gehen wir wieder weg von denen ich schieße den mal wieder von der Wand runter und den auch den auch und den auf den kannst du auch schießen aber na gut okay machen wir es los na gut okay machen wir es los da habe ich auch nichts gegen das so zu machen aber gut okay suchen wir den Timmer ich mach erst die kleinen fertig die ihm da helfen ne das ist echt nervig das sind echt schon wieder viele warum sind das so viele das Spiel hätte die Hälfte nicht gereicht aber gut okay machen wir es halt fertig da kommt noch einer hallo das Spiel wird echt kampflastig ey aber so schlimm finde ich das eigentlich nicht dass es so kampflastig wird eigentlich ganz cool eigentlich sogar die Battle Musik jetzt so leiser ist desto besser das hat sich doch gar nicht befragt jetzt ich hab einfach ein bisschen leiser gemacht ich hab einfach davon ausgedacht dass es passt sooo ok alles klappt jetzt haben wir hier den mal ein bisschen ja easy so jetzt haben wir hier Tab im Combo Lab können wir jetzt neue Sachen kaufen drei Stück können wir uns kaufen ähm ich würde sagen wir kaufen uns erstmal nen 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 kick ähm ja gut ich finde Heilung ist im Moment einfach sinnvoller und dann brauchen wir einen Schlag dann können wir das ruhig kaufen und eins kann ich mir noch kaufen dann nehm ich dann ne das letzte spare ich mir auf da weiß ich nämlich noch nicht was ich davon brauche also nehmen wir jetzt ähm warte mal ne das ist schon richtig so warte mal zack dafür nehmen wir dann den Kick dafür nehmen wir den Schlag und dafür nehmen wir den Schlag und dann wäre das nächste wäre wieder ein Schlag den könnte ich mir jetzt noch kaufen aber da möchte ich lieber dann vielleicht nochmal was rotes haben also so dass man damit auch Schaden macht mit der Combo ähm ja sieht doch ganz gut aus würde ich sagen ja also unser neue Combo ist Tritt 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 Schlag 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 oh was haben wir hier trust your sense chose memorize ja das ist übrigens für alle die es nicht mitbekommen haben ich mach genau das ist übrigens für alle die es nicht mitbekommen haben ihre Mutter also sozusagen unsere Mutter in dem Spiel so da äh so wir müssen weiter gehen zack und öffnen zur San Suis Bar alles klar gut tausche dein Gedächtnis eine ganze Woche lang mit deinem Nachbarn und gewinne den oh nein hehehehe hehehehe alles klar ich lass euch zweimal alleine und wir gehen weiter in die Bar ich bin Trace ich bin Trace hehehehe die Spur die dir vorangeht hehehehe kein Dropship hilft dir diesmal Captain alles klar ich hab Trace gefunden erneut beziehungsweise letztes Mal hat Trace ja uns gefunden wenn das der Trace ist ich glaub das ist der Trace ja putz mal schön die Scheibe weiter da ist glaube ich noch ein Fleck weiter ja genau und jetzt noch ein bisschen weiter oben da ist auch noch ein Fleck also mach deine Arbeit ordentlich ne ähm Warnung Gebiet wird mit Drohnen über facht ok ich schätze mal das ist dann direkt dieser Raum hier stopp lass mich in Ruhe ja ja ich bin auch nicht erbiet dass ich dir hinterherlaufen muss ach spiel gib mir doch nicht so tausend Sachen ey lauf 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 zielen was hier gehts weiter hier rollen ah hier ist was damit haben wir noch ein Setpatch gefunden wenn wir davon noch weitere 4 finden dann können wir unsere Gesundheit nochmal erhöhen das ist nice wie viel Grad ist es? 19 Sonntag am 17.09.2084 spielt dieses Spiel naja gut ok da haben wir noch ein bisschen Zeit Temperatur 19 Grad ist jetzt auch nicht so warm aber naja gut ok die die Frage ist in oder aus dem Motor ja du schläfst auch ich lass dich aber mal schlafen das stört dich ja hoffentlich nicht ja ja du machst da schön sauber mach mal einfach weiter ja finde ich super dann gucken wir uns das hier noch an warte mal was ist das hier private Feier ich finde das sieht nicht so nach einer Feier aus aber naja gut ok weil der andere ist ja bei dem anderen lang gelaufen und ich geh davon aus ich soll dem eigentlich hinterher aber ich seh es ja immer nicht ein das zu machen was das Spiel mir offensichtlicherweise sagt beziehungsweise das zu machen was das Spiel offensichtlicherweise von mir möchte warum kann ich da nicht durch also so also ich bitte dich ja also na ok ich muss mich jetzt auch nicht offensichtlich in Gefahr gegeben indem ich mich einfach von so einer Drohne erwischen lasse sobald ich in so einem Kegel bin bin ich übrigens tot aber das ist ja ja gut ok klein bisschen so ja ist halt einfach so aaaaahhhhhh hier ist auch noch was zu finden gewesen sehr schön let's dance ok na ok ich kann nicht viel machen grad hier aber naja ok so weiter geht's ähm jetzt würde ich sagen laufen wir dann doch mal den Kilometer her ne mhm die Rache vom Spiel ist das nicht ja ja vielleicht hm guten Tag ähm hallo ja jetzt ist die Rache vom Spiel dafür dass ich nicht genau höre ne merkst du es haa das war dumm was ist denn das soja ne Kombo konnte ich dem trotzdem schon mal eindrücken schon mal eine weg das ist schon mal gut dann ist die Wahrscheinlichkeit dass ich in die Luft fliege schon mal ein bisschen geringer oh oh aua ja schön nein ja genau dich muss ich erstmal kaputt machen Spiel nein nein lass mich doch das Ding kaputt machen danke so und jetzt ähm machen wir mal machen wir mal das hier und du bist hier grad so alleine ne mach dich mal so stark ohne dass irgendjemand anderes machen kann mhm weil das ist sinnvoll nein gut jetzt machen wir dein Stück kaputt und jetzt halt ich mich allen hier hoch so zumindest der Plan und das ist ein conseller mag ich wirklich an k nein, dass ist der falsche an dem kannst du dich nicht hoch machen nein, 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 nein genau den jetzt schön wieder mit der Kombo angreifen und ein bisschen erhinte sich weg Nicht den der Schaden machen So Ich muss hier sowieso verdienen Aber warte mal jetzt kann ich hier Jetzt habe ich Leben für Den hier auf jeden Fall Um dem auch mal eine Combo reinzudrücken Jetzt hat der aber meine Combo unterbrochen Das war doof und nicht geplant Aber machen wir es wieder so Jetzt habe ich erst mal wieder genug Leben Oh warte mal Ja ich möchte ihn überlasten Der beste Anadanser Ja vielleicht Hätte ich machen können Ja stimmt habe ich mich nicht mehr gedacht Warte Fuck Warte 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 mal wieder das Ding kaputt machen Warte mal wieder Jetzt würde ich ein bisschen hier rum Sch- Sch- Schw- Tanzen mit den Gegnern So ein bisschen Tanzen Und dann tanzen Wenn man mit den Gegnern Sch- Sch- So, jetzt überlassen wir ihn wieder, damit er auch weg ist. Zack! So, jetzt machen wir uns wieder einmal hier. Jetzt überlassen wir ihn wieder. Nein, Aua! Nein, weg! Aua! Im optimalen Fall bin ich kaputt, weil der der einzige ist, der mich daran hindert meine Specials zu benutzen, mit denen ich allen viel Schaden mache, weil, sobald ich dem ja Schaden mache, mir sofort alles abgezogen wird, was er sozusagen mache. Und dann wäre das ganz blöd, wenn ich da gerade in einem starken Angriff bin. So, jetzt kann ich die Ratsbeite versorgen. Sollte das alles kein Problem sein. Noch wer? Dankeschön! So richtig dreckige Gegner. Ja, die sind einfach so... Ja, gut, okay, ich darf keine Special benutzen, weil die machen mich sonst platt. Sonst mache ich mich selber platt. Ähm, aber naja, gut, okay. Ich will mich auch nicht zu sehr beschön. Ähm, übrigens, Putzkraft von da vorne eben, ne, hier ist eventuell auch... Ähm, vielleicht, also, weiß nicht. Vielleicht sollte man hier dann nochmal gucken, der Putzroboter von da vorne, der könnte ja hier vielleicht auch mal pulen. Eigentlich müsste ich selber aufräumen, aber... Ich muss die Welt retten. Also, ich denke, das ist ein verdammt guter Grund, warum ich das jetzt mal nicht mache, ja? Muss ich die Welt retten? Ja, ich denke, ich muss die Welt retten. Äh, hier, putzt gar keiner! Ich glaube, zack! Zack! Oh, einmal aufmachen. Zum... Hauptsicherheitsposten. Ja, gut, dass ich einfach reingelaufen bin. Hi! Will ich da rein? Da will ich erst gucken, wo die Drohne... Ich will erst gucken, wo das... was hier ist, ob hier noch was ist. Die Drohne ist doch nicht zum Spaß da! Oder auch doch. Gut! ... Hätte ich das, wenn die... Vorher zeigen, irgendwas musste ich doch sehen. Aber von denen habe ich sowieso fast alles übersehen. Also... Sollen diese Putzgröpfen zusammen. Ja, echt mal! So, was haben wir hier? Ja, siehst du? Hier sind sie wieder am... Naja, du könntest deinem Kollegen vielleicht mal helfen, so. Aber, ne? Ich muss Welt retten, das ist ein bisschen schwierig für mich gerade. Sonst würde ich auch helfen, natürlich. Also, selbstverständlich würde ich dann auch helfen, ne? Game over, Trace. Uff. Aber ich will... Braucht doch Trace noch, oder nicht? Okay, jetzt weiß ich, wen ich neu brauche. Es ist zu spät. Er ist schon einer von ihnen. Ich durchsuche trotzdem sein Gedächtnis. Man weiß ja nie. Husu ist bestimmt... Ja, natürlich. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Komm ich von hier? Ja, von hier komme ich immer. Ist egal. Äh, ich hab hier was durcheinander. Einmal kurz warten, bis mein Schuss wieder aufgeladen ist. Und dann haben wir davon auf jeden Fall doch noch einen mehr gefunden, sogar. Ja, aber... Ja, ich weiß nicht.